Das Bachelorstudium Animation vermittelt dir in München und Leipzig produktionstechnische und gestalterische Qualifikationen, die du für deine Animationskarriere brauchst. Du entwickelst kreative Ausdrucksmöglichkeiten und deine technischen und konzeptionellen Kompetenzen. Mit eigenen Animationsfilmen tastest du dich so immer weiter an die Praxis heran. Du findest dich im Studiengang Animation wieder? Dann bewirb dich doch unter www.macromedia-fachhochspiel.de Macromedia. You change.